Tja Leute, ich war jetzt eben gerade in diesem Lidl drinne und ich muss sagen, das ist ein recht angenehmer Lidl, das muss ich echt mal loswerden hier. Und ja, ich habe mir hier auch einen Red Bull geholt und ja. Ich habe mir für meine Freundin auch noch was geholt. Das ist hier schön drinne in der Lidl-Tasche. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist wirklich ein angenehmer Laden. Aber ich mache nachher noch kurz einen Realtalk. Und ihr seht es auch hinter mir, es sind DM und Lidl. Und ja, ich mache nachher noch kurz einen Realtalk.